Wir sind keine bösen Jungs. Ich will bitte nach Hause. Wo ist Öhne? Ist meine Schwester bei Ihnen? Ich hab das Mädchen weggeschickt. Mr. Sang-Manya? Sie haben neulich ein junges Mädchen mitgenommen. Aber ich weiß nicht, wie Sie das machen wollen. Wenn ihr meiner Schwester was antut, schicke ich euch zur Hölle.